Hey Leute und willkommen auch an 50, falls du das siehst, und zwar, ja, der 50 Mod, äh, ja, den hab ich dann mal unter Mods getan, hier, der 50 Mod lässt sich nicht öffnen mit Java, nein, auch nicht mit Doppelklick, nein, ja, selbst mit Forge geht das nicht, kann ich dir noch gerne mal vorzeigen. Denn dann, crasht mein Minecraft. Oh Gott, gucken, sehen, okay. Also Minecraft crash, sobald ich mit Forge öffne und deswegen, das ist auch mein Problem. Ich hoffe, sie, du können mir helfen. Alles klar, bis zum nächsten Video, tschüss.